Im heutigen Video habe ich verschiedene YouTuber angeschrieben und sie gefragt, ob sie mir ein Item nennen können, was ich nicht verwenden darf im neuen OG-Reload-Modus. Und damit, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wen ich alles angeschrieben habe und wer mir daraufhin alles geantwortet hat, könnt ihr auf jeden Fall in diesem Video sehen. Wenn euch diese Art von Content gefällt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, schaut gerne bei meinem Twitter und Twitch vorbei und ich würde sagen, es ist viel Spaß mit dem Video. Als allererstes war natürlich die Frage, wen schreibe ich überhaupt an? Und da kamen mir direkt ein paar Creator in den Sinn. Und am Ende kam ich dann zu der Entscheidung, dass ich einfach mal versuche, Trios, Niklas Kamer, John C., AlviVB, Rubix, DaveNight, Raskology und XFelix anzuschreiben. Und was haben diese YouTuber alle gemeinsam? Richtig, sie sind Fortnite-YouTuber. Und nachdem ich dann meine Zeit damit verbracht hatte, jedem einzelnen Creator so gut wie dieselbe Nachricht zu schreiben, bekam ich dann nach circa eine Stunde die allererste Antwort. Und zwar von Niklas. Und das Item, was er mir genannt hatte, was ich nicht verwenden darf, war die Pump Shotgun. Und da dachte ich mir, das wird nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall eine Challenge. Und deswegen war diese Antwort sehr, sehr gut. Der nächste YouTuber, der mir geantwortet hatte, ist auf jeden Fall Trios. Und er meinte, ich darf meine Pickaxe nicht verwenden. Heißt also, ich kriege nur Matts, indem ich Gegner töte. Meine Mates dürfen mir also keine Matts dropen. Ich darf keine Matts abfarmen. Und ich muss jedes Mal, wenn ich durch Buildings durchlaufe, meine Waffe dazu benutzen, die Wände kaputt zu schießen. Als nächstes hat mir dann der YouTuber xFelix über Twitter geschrieben, denn ich habe zu der Zeit sein Instagram nicht gefunden. Und deswegen habe ich ihn über Twitter angeschrieben. Und da hat er mir auf jeden Fall auch sofort geantwortet. Und er meinte, ich darf den Grappler nicht verwenden. Also schon mal ein Moving Item weniger. Und als allerletztes hat mir dann noch Johnsy geantwortet. Und er meinte, ich darf keine Minis verwenden. Heißt also, an der Stelle habe ich auch ein Healing Item weniger. Und am Ende hat mir dann noch Rasko zurückgeschrieben. Und er meinte auch, dass ich keine Minis verwenden darf. Und mein Ziel in diesem Video ist es auf jeden Fall, unter die Top 5 im neuen OG Reload Modus zu kommen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir auf jeden Fall ingame. Denn wir probieren das Ganze in einer Runde als Challenge mit allen Items zusammen, die ich nicht verwenden darf. Und let's go. So Freunde, ab hier startet auf jeden Fall die Challenge. Wir sind gerade ingame in unserer allerersten Runde. Mal sehen, ob wir es First Try schaffen werden. Ich bezweifle das Ganze, weil das halt auch schon... Wir müssen auf vier Sachen achten. Und das greifen wir jetzt auch alles nochmal auf. Also wir dürfen keine Pump verwenden. Unsere Spitzhacke dürfen wir nicht verwenden. Wir dürfen keine Minis verwenden. Und wir dürfen keinen Grappler verwenden. Das sind vier Sachen, auf die wir auf jeden Fall achten müssen. Wird auf jeden Fall spannend. Okay, wir sind komplett contested. Jetzt vielleicht schon mal klappen will. Also ich darf jetzt wirklich nicht vergessen... Das dürfen wir benutzen. Minis nicht. Okay, warte mal. Hier ist doch schon der allererste Gegner. Und seine Mets können wir jetzt verwenden. Let's go. Minis dürfen wir nicht. Das dürfen wir alles. Eine Pump dürfen wir nicht verwenden. Ich halte am besten meine Spitzhacke nicht draußen. Weil sonst komme ich in Versuchung, meine Pickaxe zu benutzen. Okay, die müssen wir aufschießen. So, Mets. Wir dürfen das Jagdgewehr verwenden. Nein. Das dürfen wir nehmen. Und das dürfen wir auch alles nehmen. Okay. Wir gehen aber jetzt zu meinem Mate. Warte mal. Mein Mate ist am Fighten. Pump dürfen wir nicht verwenden. Nein, dürfen wir auch nicht. Okay, das ist gerade ein bisschen... Ich bin gerade ein bisschen am Strugglen. Komm doch her. Okay, warte mal. Warte mal. Ich möchte natürlich den Wind erreichen. Ist ja klar. Und ich habe meine Pickaxe verwendet. Okay, Freunde. Damit sind wir in der zweiten Runde. Wir dürfen unsere Pickaxe weiterhin nicht verwenden. Und alles zählt natürlich wie vorher auch. Und... Genau. Zweite Runde. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Lüge, Lüge, Lüge. Oh mein Gott. Warte mal. Ja. Ja. Weiß ich quack. Ah, Mann. Meine Waffe ist nicht nachgeladen. We talk. Allein, dass ich meine Pickaxe nicht verwenden darf, ist schon das Schwere daran. Let's go. Bin so ein Dulli. Ja, das dürfen wir auch sammeln, Chats. Das durften wir auch sammeln, weil... Wir haben einen Kill geholt. Wollen wir spielen, Dad? Boah, ich bitte, ich brauche die Metz. Ich brauche die Metz. Ja. Let's go. Grappler dürfen wir auch nicht verwenden. Stimmt. Oh mein Gott. Das ist ein Wackshow, Craven. Oh. Was? Okay, egal. Okay, warte mal. Ich... Ich mach das jetzt smart. Ich mach das jetzt smart, Freunde. A-Bot? A-Bot? Let's go. Nein, der stoppt ihn ab. Egal. Darf ich alles nehmen? Bis auf die Minis. Und der jumpt in. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was will der von mir? Jux. Ihr müsst hier helfen. Er wird mich komplett nehmen. Ah, ich hab Metz. Ist gut. Ist sehr, sehr gut. Nein. Das war so dumm. Oh mein Gott. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Ey, das war so smart. Ich gucke die Metz, bitte. Oh. Nein, ich hab einen Appell. Warum kämpfen die denn? 100! Auf geht's. Ins Gebrüll. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt sehr, sehr blöd. Wenn ich jetzt sterbe, den Pickaxe darf ich nicht verwenden. Natürlich. Wer bist du? Nein. Ich sterbe. Ja okay, die machen das nicht mehr. Ich muss raus. Jetzt versuche ich es noch mal im Doom-Modus. Weil vielleicht, da sterben die, äh, äh. Sprachen lernen Bubble. Da ist es wahrscheinlicher, dass Teams ausgelöscht werden. Weil es halt, wie gesagt, nicht so viele Leute in diesem Modus gibt. Ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ich werde nicht allzu gebrochen. Mein, mein Teammate scheint ganz gut zu sein. Ich nehme mich jetzt nicht ganz leid aus dem Fenster ab. Ich glaube, das kann was werden. Ich leide auf dem Berg. Weil mir ist das zu, wir, ich muss erst mal so drauf klarkommen, dass ich die ganzen Sachen nicht aufsammeln muss. Er darf. Und, ich kann da nicht in einer riesen Stadt landen. Weil sonst, irgendwie aus Hektik oder so. Und, da, oh, warte, ist es, ah, nein, das ist, ich dachte, es wäre eine Diegel. So. Nehme ich alles mit und dann gehe ich hier schön in mein Haus rein. Egal, ich gehe jetzt mit, ich gehe jetzt zu ihm. Damit er nicht liebt. Weil zu zweit kann man mehr machen. Wenn ich jetzt hier so, zack, zack, ramm, gehe ich zu ihm hin. Nochmal hier, zack. Und bin fast bei ihm. Warte mal. 50 White. Bitte. Renn. Und wir rennen. Und du kannst dich nicht verstecken. Er gibt mir 90 Schaden. Und die dürfen wir aufsammeln, die meint's. Oh, das ist gut. Immerhin 250. Ja. Gib mir deine Sachen. Warte, den Biggie müssen wir ja sowieso nehmen. Okay, er nimmt mich. Ich brauche das, bitte, 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 gib mir die Mets. Wichtig, wichtig, wichtig. Komm mal, Junge. Die nehme ich mir. Der ist nämlich dead. Ja, 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 wir haben gerade Spaß, ich habe gerade richtig Spaß. Das kann ich hier alles nehmen. Sehr gut. Und jetzt gehen wir wieder rein. Warte. Warte. Okay. Chill, 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 chill. Nice. Das ist von unserem Gegner. Kurz chillen, kurz chillen, kurz chillen. Ich habe richtig gute Mets. Warte, hier ist auch irgendwo wer dead gegangen. Hier ist irgendwo wer dead gegangen. Nice. Kann ich alles mitnehmen, weil es ist ja Gegner. Warte, hier oben. Hier ist er. Ey, jetzt kann ich richtig gut was machen. Ich darf es nur nicht vergessen zu bauen. Äh? Ja! Let's go! Doch, ich glaube, das... Nein. So mache ich das. Dann gehöre ich mir einmal. Zack. Warte mal. Chill, 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 chill. Chill. Oh, hat mich jetzt Voll-Damage passiert? Zack. Edit-Parcours. Nice. Wir müssen zusammenbleiben, Bro. Wir müssen zusammenbleiben. Ich fall. Ich freue mich, ich spiele normalerweise ganz anders. Was? Ey, er carried, er carried. Er carried, ich glaube, durchlaufen. Ich muss nur noch immer mal überlegen. Oh! Gut, schön. Oh mein Gott. Da wollte ich, da wollte ich zu viel. Oh mein Gott. Warte, es leben kaum noch welche. Aber ich brauche Wettkits. Ich muss ihm helfen, aber... Ah, nein. Ich glaube, das war's. Vitor, ich glaube, das war's wirklich. Weil, er kommt halt einfach nicht mehr wieder. Eeeh. Crack? Meine Nase juckt's. Nein. Nein. Edit-Parcour und mich. Ich kann das Ding machen. Was? Was? Ja. Okay, ich struggle. Okay, lassen wir gelten, Leute. Lassen wir gelten. Trotzdem würde ich sagen, das war ein cooles Video. Fand ich sehr, sehr, sehr geil. Hat irgendwie auch Spaß gemacht. Trotz, dass es halt komplett crazy anstrengend war. Und sehr, sehr schwer. Aber wir würden es weiter. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hab's euch gefallen. Lasst sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.